Hi, ich bin Matze, ihr schaut 11 Team Sports TV und heute möchte ich euch erst mal meinen neuen Kollegen aus der Schweiz vorstellen. Ne, der ist es natürlich nicht. Hey Leute, was geht? Hola a todos, mein Name ist Luis aka Kumanito und heute sind wir hier bei 11 Team Sports in Berlin am Start. Wir haben was sehr, sehr Spezielles, aber das erzählt euch jetzt. Sehr lieber Matze! Genau, wir haben die Ehre, die neue Nike Football X Kampagne zu starten und das nicht alleine, denn die wohl beste Football Crew hier in Berlin ist am Start, die Jungs vom Balkanmix und das ist noch nicht alles. Ja, außerdem mit dabei natürlich ein paar unserer treuesten und besten Fußballfreunde und Fans mit am Start und wir werden den neuen Football X testen, auf jeden Fall. Let's go! Der Gewinner bleibt immer drauf, sonst gibt es keine Regeln. Wie Matze schon gesagt hat, bleibt fair. Mein Name ist Dejan Kallan von Balkanmix, wie schon gesagt. Balkanmix, ja, die, die es nicht kennen, wie eine Familie, auf dem Beton aufgewachsen, Straßenfußballer. Ich denke mal, die meisten wissen, von was ich rede und wie gesagt, alles draußen erlebt und das ist Balkanmix. Wir haben hier schon ein paar Spiele gemacht, gerade mit dem Schuh, 5-6 Spiele. Man muss nicht wiederzahlen, die Schuh sind leicht, bequem. Das ist wie, wenn du Socken an hast, du merkst eigentlich überhaupt gar nicht. Man findet nicht Schlechtes, ich sag mal so, also schon wirklich. Ich hoffe. Wie immer, Nike 11 Team Sports, die schaffen es immer, die Jugendlichen von zu Hause rauszuholen, aus der Straße, mit denen ihr Spaß haben und mit denen ihr kicken könnt. Auf jeden Fall, geiles Event. Ja, war ein Hammer Event. Abonniert 11 Team Sports, Hashtag 11 Team Sports Nike. Sie sind blessings ha practise! Geil, 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 geil...